Vor allem, wenn man keine Fackeln mehr hat oder wenn man gerade unter Wasser unterwegs ist, so wie ich gerade im Moment, dann würde man einiges mehr sehen. Zum Beispiel, dass sich am Grund hier, dass sich hier Kisten verbergen. Äh, nicht Kisten, ähm, äh, ihr wisst schon, die halt... Ah, ich ertrinke. Ah, ich wurde ertränkt. Cool. Ja, aber da ist schon wieder ein langes Ding. Da oben ist wieder so ein Ding, das du sammeln musst. Aber warte, lass mich erst das Kupfer abbauen, bevor du das Wasser da aufbohrst. Kommst du da vielleicht hin, ohne das Wasser aufzubohren? Naja, wobei, ist eigentlich egal. Ich probiere, ich kann... Ja, nee, mach ich. Ja, ist egal, ich hab jetzt schon hinten eine Grube ausgehoben. So, mach extra wieder dunkel, kannst das Wasser ruhig... So, was war das jetzt? Oh, Sporen. Jungle-Sporen. Gebt denen die Sporen. Äh. Du, hau mal ab, die Schiffsen auf uns. Egal. This is Sparta! Okay, schlechte Idee, schlechte Idee. Ha, ich habe es getötet. Und ich sterbe selber gerade, cool. Geil. Dann kommt wieder Steve her und schreibt meinen Grabstein um Max, wurde zu Tode vergewaltigt. Haha. Nein, das ist ja nicht lustig, das ist ja jetzt alt. Ja, stimmt. Aua, jetzt hat das Vieh mich vergiftet. Boah, geil. Hatte ich Glück. Hey, da ist ein Grabstein. Ah! B. C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Da unten ist ein Manid und ich... Ah, ich sehe einen Life-Crystal. Boah. Ich denke, da wollte ich schon mal vorher irgendwie eins geben. Ja, toll. Ich mache mal hell. Oh, da ist noch ein Life-Crystal. Aber wir leben nicht mehr lange genug, um sie alle einzusacken. Boah. Oh, okay. Scheiße, ich bin tot. Fuck, da komme ich nie im Leben wieder hin. Kannst du meine Sachen irgendwie einkassieren? Äh, warte mal. Ja, bleib da, bleib da, bleib da. Mach nichts. Uh, okay. Ich versuche zu kommen. Und viel verlangt ist. Oh Gott. Mann, hey. Vorsicht. Was ist denn? Ist mir egal, ob Stevie-Boy angefurtert ist. Tami ließ sich den Kopf wegreißen. Na, warte, dann gehen wir gemeinsam hin. Hätte ich gesagt. Warte, ich kurz auf dich. Verkauf aber jetzt deine Sachen, bitte nicht. Nö. Ich hoffe, unsere Sachen verschwinden jetzt nicht wieder. Hey, jetzt wäre ich echt angepisst. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir nehmen uns jetzt irgendwas mit. Copper Broadsort oder sowas. Außer diesem schwulen Copper Schwarzwart laufe ich jetzt nicht durch die Gegend. Wir haben genügend Ei... Wir haben genügend S... Wir haben genügend Copper, komm. Scheiß doch drauf. Hier, eins für dich. Eins für mich. Ist irgendeiner von euch an der Stelle, wo wir gestorben sind? Äh, nein. Verschwindet das nicht erst so nach 5 Minuten? Hä? Verschwindet doch erst nach 5 Minuten, oder? Ne, das Zeug sollte eigentlich gar nicht verschwinden. Ne, schlimm ist es bei einem Einkauf. Ja. Fabio, kannst du uns vielleicht begleiten? Äh, warte. Dann komm ich mal hoch. Ja, komm und lauf gleich nach rechts. Na toll, ich hab das Tiny... Das Tiny Copper Broadsort mit minus 18% Seil. Ja, ich hab ein großes. Mit plus 12%. Toll. Nein, Hase! Toll, Hase ist abgestürzt. Bin ich denn jetzt? Ach, ich bin da drin. Ach, ich kann ja gar nicht mehr doppelt hüpfen. Stimmt ja. Ja, egal. Fabio begleitet uns, jetzt werden wir es schaffen. Wo ist halt der hin? Ja, rechts lang. Rechts lang. Du bist ja direkt in unserer Nähe. Schild mal kurz. Hä? Nein, schild mal kurz. Ah, da ist er. Wir chillen doch. Ach man, das geht mir jetzt echt allmählich auf den Sack, dieses Rumgesterbe hier. Im Sack, ich glaube. Ja, wir haben halt keinen Endgame-Charakter, den ich mit dem wir uns einfach so reinholen und unser Zeug wiederholen können. Ich kann es dir auch holen, wenn du willst. Nein. Nein, wir wollen uns das ja kämpfen, ganz ehrlich, Fabio. Ja, kein Glück schiebt er hier. Nee, das ist... Cheaten kann jeder. Ah, ich höre einen Steve. Steve, begleitest du uns? Oh, schild mal kurz, Alter, ihr drecksverkackten, verkorksten Augen. Verpiss dich. Oh, ich komme gleich hoch und dann... Warte mal, können wir hier schon runter? Nee, wir müssen weiter vorne runter. Ja, da ist das Team runter. Nein, wir müssen noch ein Stückchen. Sonst kommen die bei mir an und ich bin nicht. Einfach weiter, einfach geradeaus weiter. Ich sehe davon nichts, ich weiß nicht. Einfach geradeaus weiter und hüpfen. Du verkackter, verwichster, drecks Zombie-Mensch. Echt. Oh Gott, dann. Wir müssen mal warten, bis da Fabio kommt. Oh, warte mal, vielleicht bin ich gar nicht mal so weit von eurer Todesstelle weg, weil ich sterbe kann. Nee, weil ich sterbe. Nein, weil... Ob das letzte Crystal war, den ihr gesehen habt? Nee, da waren zwei. Nee, nee, da waren zwei direkt nebeneinander. Oh, okay. Oh, Alter. Stellt sich uns ja auch noch alles Mögliche in den Weg, hä? Hier müssen wir runter. Alter, wir kommen da nie wieder hin. Okay, hier lang. Glaube ich. Au. Ich glaube, hier runter war es, ne? Da ist schon das erste Vieh, ey. Boah, da sind schon die ersten Vieh. Herr! Ey, wir werden so kläglich verrecken. Fabio ist ja hier, um uns zu beschützen. Hast du eigentlich Heiltränke dabei, Fabio? Nee, nur eins. Ja, ich bin gleich wieder tot. Oh, ja. Das hat mir jetzt gerade das Leben gerettet. Ist noch eins. Ja, ich weiß. Ich versuche es gerade zu ignorieren und einfach weiterzugehen. Hoffen, dass es weggeht. Ja, da kommen wir nie runter, ohne nicht zu sterben. Ah, ihr kommt hier nicht durch, so. Warte, ich sichere uns mal nach oben auch ab ein bisschen. Oh, das war es schon. Ah, ich habe eine Idee. Wir lassen uns mit dem Wasser nach unten tragen. Da, Fabio, kill mal das Vieh hier. Ah, warte. Ich weiß nicht, ob die uns so treffen. Das war jetzt eine tolle Idee. So, jetzt können sie uns nicht mehr treffen. Braucht ihr auch ein paar Pilze? Naja, nee, passt schon. Wir müssten jetzt eh gleich wieder an der Stelle sein, wo wir krepiert sind. Es war nicht so weit unten. Oh, bitte jetzt das nicht wegbauen. Ah, fuck. Autsch. Wer hat das da vorne jetzt wieder weggebaut? Ich war auch nicht. Auf wen sind sie denn eigentlich fixiert? Ich glaube auf mich. Umso länger wir warten, desto mehr Viecher kommen. Aber, ich meine, wir können jetzt auch nicht einfach runterhüpfen, weil... Viehzeug killt uns einfach. Was machen wir denn? Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Uh, fuck. Ah, lass mich weg. Wer hat denn jetzt hier das Wasser hingemacht? Ja, tolles Wasser da runterlaufen zu lassen, bringt im Zweifel, dass unsere Sachen irgendwo hingeschwemmt werden. Kann man bitte jemand den Wasserlauf hier stoppen, weil das bringt gar nichts. Ja, super. So. Ich hole da eigentlich nur runter. Oh man, wie kommen wir da jetzt runter, Leute? Ach, weißt du was. Pass auf, komm mal weg, Max. Soll ich, soll ich nicht? Ach, schade, so geschissen. Ah, erzähl ich nichts mehr. Warte, du gehst da nicht allein hin. Wacke. So. Ah, ich hab mein Zeug gesehen. Ah, nein. Leute. Kannst du alles einsammeln? Ah, Tami hat dich auf. Tami, kannst du alles einsammeln? Ich weiß nicht, warte mal. Alles nicht. Ja, aber auf jeden Fall, die Rüstung ist das Wichtigste. Rüstungen, Ausrüstung, die Life Crystals mitnehmen. Oh, ich kann hier nicht mehr langer eben. Ja, wenn du zu sehr bedrängt wirst, dann... Ja, genau. Okay, gut. Also ein bisschen was habe ich nicht viel. Goldrüstung habe ich zum Beispiel gar nicht. Moment. Na, egal. Aber ich habe zwei... Leid, also die Schwerte wieder. Ja, gib mir einfach, was du hast. Jawohl. Hast du die Cloud in der Bottle zufällig? Ja. Jawohl. Ähm, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das gehört habe. Das gehört ein Fabio. Hier. Das war meine. Und sonst nichts. Wer hat so eine Eisengüstung? Doch, Eisengüstung habe ich. Ja, Fabio. Der gehört mir. Fabio. Toll. Und meine goldene Pickaxe und so? Ich habe nur Eisenspitzhacken. Das heißt, die sind ja kaputt wahrscheinlich. Ja, dann ist eine. Nein, eine. Ich danke. Ja, eine Eisenspitzhacke kannst du mir geben, wenn du sie nicht brauchst. Danke. Verkaufe ich meine Blätter. Und einen Eisenhammer habe ich. Ja, das ist Fabio's. Das ist Fabio's. Ja gut, dann habe ich wenigstens meinen Lightspeen wieder und meine Cloud in der Bottle. Du bist schuld, so. Also, ich gehe da auf jeden Fall wieder hin. Ja, ich will meine goldene Rüstung wieder. Hallo? Weißt du, wie teuer das Ding ist? Ist ja auch aus Gold. Jetzt gehen wir hin ohne Fackeln. Ja, stimmt, wir haben keine. Ja, egal. Wir brauchten ja keine Fackeln. Wir haben alles ausgeleuchtet. Ich habe Fackeln. Ganz inne. Kami, kommst du mit? Das ist gut. Ja. Ich habe ja Fackeln. Na, fick dich doch. Jetzt ist da dieser pinke Schleim. Ja, das droppt ja nur mal ein Eingriff. Also, das war übrigens sehr klar bei mir. Ich wäre, eine Sekunde später wäre ich tot gewesen. Ja, passt schon. Gut gemacht. Ausgezeichnet. Da ist ein bisschen, was da ist. Ja, ich bin froh, dass ich die Cloud in der Bottle habe, weil da kann ich schnell hinspringen, mich kurz abfedern, alles einsacken und dann verpissen. Ja. Also, da müsste noch eines sein. Da lag so viel Zeug. Ja, wie gesagt, wir tun jetzt mal unser Bestes, dass wir da wieder rankommen. Wir warten dann am Höhleneingang auf dich. Okay. Ey, es liefert 120 HP, hat auch ein Life Crystal gefunden. Ja, ab und zu. Das sagt uns nichts. Ja, ja. Ey, wir waren doch damit beschäftigt. Außerdem habt ihr es, ich habe es doch gesagt. Ja, du hast gesagt, das ist ein Life Crystal, aber nicht, dass du ihn benutzt. Das ist nicht verständlich, dass das eine logische Schlussfolgerung ist, dass ich den auch setze. Naja, ich glaube, unser Gast... Ne, wir haben ja auch Life Crystal gefunden und haben sie auch nicht eingesetzt. Ja. Man ist... Ja, da verpiss dich so. Der Gast benimmt sich nicht so, wie sie es für den Gast gehört. Ja, ja, ja. Ne, vor allem hält es mich an die Bedingung, keine Häschen zu töten. Da müssen wir runter, Fabio. Jetzt warten wir noch kurz auf Tami und dann will ich mein goldenes Ganzkörperkondom wieder haben. Hallo, ich will hier wieder her, Mr. Götterbote sein. Ah, was ist das? Mein Schwert hätte ich ganz gern wieder. Ich habe auch nicht meins wieder bekommen. Meins hat dann einen Bonus. Boah, das ist Gott sei Dank kein Maneater hier. Das ist ein Snatcher, der uns hier gleich erwartet, wenn wir runtergehen. Der hat nicht so viel Hapfe. So, ich bin da. Schön. Nice one. Autsch.